Ähm... Ah, Acorn! Bye-bye, Bucky! Ah, okay! Ähm... Ach, ist das gut! Ist das schön! Wenn ich mich wieder so richtig dumm anstelle... Einmal... Zweimal... Zweimal... Das war... Unsichtbarer Misserfolgung... Das hier... Das hier... Das hier... Das hier... Selbst wenn ich mich nicht nur sammeln könne, aber... Ähm... Das hier... Das hier... Das hier... Das hier... Oh... Das hier... Das hier... Das hier... Irgendwann laufen... Die sind eigentlich die ganze Zeit... Die gibt es nicht... Die sind nicht... Ja genau... Viel sein... Genau... Ja... Ja... Kurz gucken... Eins, zwei, drei... Und dann... Ja... Ich komme hier hin... Ist hier schön... So... Jetzt müsst ihr auch ein Stückchen noch höher kommen... Eins, zwei, drei... Vier... Und... Ich krieg das noch nicht... Hallo? Ich muss das kriegen... Och... Blick... Hallo? Jetzt kriege ich das nicht... Das ergibt für mich keinen Sinn... Ich habe eine größere Pflanze gekriegt... Und die Dinge waren gleich voneinander... Hallo? Das kann doch nicht sein, oder? Jetzt ärger... Hallo? 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 Ach... Herrlich... Dann schauen wir mal weiter... Nein, ich glaube jetzt hier... Kann ich... Was holen... Und das hier kann ich mir jetzt holen... Hoffe ich... Wenn ich schreie... Wenn ich schreie... Ha! Okay... Gut... Gut... Guuuut... Das kommt nicht lang, das weiß ich... Gut... 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 Vielleicht mit dem Propeller... Der Ventilator... Wie ich sie gerne nenne... Ähm... Oder vielleicht ein Stückchen höher als mit der Pflanze... Sehr praktisch... Und das wollt ihr nicht... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Jaaa... Und jetzt weiß ich auch wie ich... Hahaha... Okay... Das ist eigentlich... Das ist... Richtig interessant... Also das ist... Ähm... So ein... Ja... Ich würde mal sagen... Ein Rätsel... In dem man verschiedene Kombinationen ausprobieren muss... Bis man die richtigen gefunden hat... Inso allem... Und jetzt komm ich nämlich... Ähm... Genau... Und das hier... Komme ich jetzt... Indem ich einmal... Was sie denn da... Das hier aktiviere... Okay... Und... Das hier aktiviere... Das hier haut... Richtig... Ja genau... Okay... So raus hin... Oh... Halt... 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 Das ist ein richtig nettes Rätsel... Also das ist... Schön... Einzig was nicht so schön wird... In die Buchstaben zu holen... So... Okay... Allein mit dir Fleck... Ja... Okay... Wir machen kurz einen kleinen Frühjahrsputz hier... Aha... 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 Okay... Die Hälfte haben... Ja... Die Hälfte haben... Ja... Die Hälfte haben... Geschirr... Das werden wir hier ein bisschen laufen... Schön... Auch... Oh... Hier kann ich die sehen... Vorhinauseeksegnositionen... Ja... Komm... Woher kommen jetzt bitte diese Bären? Ganz ehrlich. Was ist das für die Helden gewesen? Au. Scheiße. Ich brauchte was zum Heilen, Leute. Gebt mir was zum Heilen. Danke. Au, das ist die Bären. Gut aufregend. Oh Gott. Oh Gott. So ist das. Oh, das drückte die Daumen. Okay, ich hab's nicht. Oh, 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 oh. Nein. Okay. Ähm. Na ja. Gut, es gibt schon mal das. Wir haben das nie gekriegt. Wir wissen wo das L ist. Und dann noch das K. Tja. Ich brauch ein K. Hurra. Wollt. Ähm. Ja. Leute. Vergesst es einfach. Guck. 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 Die Musik ist so schön. Oh, 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 oh. Jayat. Guck mal sehen. Hi. Ich will auch drauf fliegen können. Wie viele Goldsamen fehlen wir eigentlich noch? Oh, noch einige. Ähm, ja, okay, ich hoffe, die kommen jetzt alle. Ah, Acorns galore! Ey, was ist so toll, wie kommt denn das bitte her? Boah, scheiße, wo kommt denn das her? Das sind voll die Überäpfel. Ah, hey, Acorns galore! Oh, geil, danke. Ähm, hier war das E-Glauben, oder? Ja, hier war es noch. Oh, und da ist Rosie wieder. Thanks, Rosie! Bye-bye! 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 Bye-bye!